Musik Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wehofener packt aus. Diesmal packen wir, passend zum C64, die 1541 aus. Ja, Single Floppy Disc ist die schlichte Verpackung. Da sind keine Bilder drauf, wie beim C64. Und die Verpackung, die ist schon leider lädiert. Die habe ich so auf dem Sperrmüll gefunden, die ganze Floppy. Allerdings nicht mit dem C64, den ihr in der letzten Ausgabe gesehen habt. Sondern, ja, hier geht es so richtig rum auf. Verpackung, das ist die 1541. Das ist noch die Variante mit dem Schnapper. Moment. Mit dem Alps-Laufwerk-Mechanik. Hier. Schnapp. Diskette ist da nur drin als Transportsicherung, damit der Schreiblese-Kopf nicht vibriert, wenn die transportiert wird. 1541. Made in Japan. Später Varianten wurden in Western Germany hergestellt. Die Floppy hat auch gekostet. Ich weiß gar nicht, am Anfang hat sie, wie toll war die da, auch so was, so toll wie der C64. Und zum Schluss waren die Floppys auch um 350 Mark. Teuer gewesen. Konnte die Ketten einseitig beschreiben. 170 Kilobyte pro Seite. 35 Tracks. Also 35 Spuren. Standardmäßig ansprechbar von dem DOS der Floppy. Konnten auch bis auf 40 Tracks hochformatiert werden. Die dieses Ketten allerdings nur mit Spezialprogrammen. Und dann musste man allerdings gucken, dass die Floppy richtig justiert ist und konnten die äußeren Sektoren nicht mehr gelesen werden. Und diese Tricks mit den hohen Tracks über Track 35 sind auch von diversen Kopierschutzmaßnahmen dann ausgenutzt worden. So dass man die mit normalen Kopierprogrammen nicht mehr kopieren konnte. Aber das ist eine andere Geschichte. 5,25 Zoll Disketten frisst die Floppy. DD, doppelte Dichte, Double Density. HD Disketten vom PC können nicht gelesen werden, auch nicht beschrieben werden. Da die Magnetstärke eine andere ist. Man kriegt zwar Daten drauf, aber nach 2 Stunden oder einem Tag sind die Daten wieder weg. Weil der Floppy Kopf die Scheiben nicht richtig magnetisieren kann. Aber DD Disketten, wenn ihr sowas noch habt am PC mit 360 KB, die könnt ihr für die Floppy benutzen. Das mache ich ja mittlerweile auch wieder. Und wenn man die Disketten dann zweiseitig haben wollte, konnte man die Disketten dann auch mit einem Diskettenlocher lochen. Was ich ja in meinem Special gezeigt habe. Ja, und diese Floppy hat auch einen kleinen Defekt. Sie wird nicht mehr erkannt. Also spricht der C64, sagt Device Not Present. Da ist auch ein Chip kaputt. Den werde ich auch noch austauschen und das Ding wieder lauffähig machen. Ja, die habe ich auch aus dem Sperrmüll gefischt. Also was Leute alles wegschmeißen, unbelievable und dann original verpackt. Allerdings war bei der Floppy keine Gebrauchsanweisung dabei gewesen wie beim C64. Aber ich finde, die Verpackung zählt da bei mir meistens mittlerweile mehr. Weil das Schöne ist, man kann dann die Floppys wieder in die Verpackung tun. Und wenn sie gesäubert sind, dann behalten sie ihren natürlichen Glanz. Okay, das war Video von der Pakt aus, eine 1541. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Ausgabe. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.